Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide Video von mir. Heute geht es um Low Level Gears, sprich um Low Level Equip. Wenn ihr neu seid und frisch auf der Station seid, beziehungsweise wenn ihr am Leveln seid, wie könnt ihr eure Ausrüstung aufwerten, gut und günstig, um halt dementsprechend immer gut dabei sein zu können. Wie immer gilt, das hier ist keine hundertprozentige Komplettlösung. Dies ist einfach nur für Neulinge bestimmt, um den Einstieg in Star Wars The Old Republic zu vereinfachen, beziehungsweise auch gleichzeitig für mich selber, um halt selbst immer wieder etwas Neues dazuzulernen. Wie gesagt, ich nehme euch an die Hand bei meinem Lernprozess, was Star Wars The Old Republic angeht und nehme euch auf diese Reise mit. Die erste Möglichkeit, wie ihr an neues Gear, an neues Equip kommen könnt, ist durch Missionen natürlich. Durch den Loot der Missionen bekommt ihr meistens halt solches Gear, was ihr dann in die entsprechenden Slots einfügen könnt. Und desto höher euer Gegenstandswert ist, desto höher ist auch der Loot, den ihr bekommt, also desto höherwertiger. Es gibt allerdings aber auch die Möglichkeit, dass ihr mit sogenannter adaptiver Rüstung, sowas wie das hier zum Beispiel, denn wie man sieht, diese Stiefel haben keinen Wert, sowas wie die Style-Rüstung, die ich hier angelegt habe, wie man sieht, die Style-Rüstung hat hier keinen Wert. Nicht so wie diese Rüstung hier zum Beispiel, die bereits Werte hat. Hat man solch ein Rüstungsteil, das meistens halt auch goldet umrandet ist dann, oder wie dieses Lichtschwert hier, auch keine Werte. Aber man kann hier Modifikatoren, Verbesserungen und Heft alles einsetzen, damit die Werte kommen. Doch wie kommt man als Free-to-Play-Spieler oder als Low-Level generell an sowas ran? Wie gesagt, auf der Flotte geht das, sowohl auf imperialer Seite als auch auf Republikseite genau das gleiche. Und zwar haben wir hier im Versorgungsgüterbereich mehrere Händlern, auch wieder in diesen Boxen wie bei den Berufe. Auf imperialer Seite ist es natürlich auf gegenüberliegender Seite der Map. Und hier hat man halt in jeder Box zum passenden Level die Möglichkeit, sich solche Modifikatoren zu holen. Hier zum Beispiel fängt es mit Level 10 an. Hier könnt ihr euch dann passend zu Level 10 ein Heft, Modifikatoren und Verbesserungen holen. Natürlich passend zu den Werten, die ihr auch benötigt. Benötigt ihr zum Beispiel Crit-Treffer, habt ihr die hier, könnt ihr die hier holen. Schnelligkeit gibt es auch, je nachdem was ihr halt benötigt. In jeder dieser Boxen gibt es allerdings mehrere solcher Händler. Level 14, Level 18, Level 22, Level 26 und dann geht es in der nächsten Box natürlich auch weiter. Adaptive Ausrüstung könnt ihr in der ersten Box beim adaptiven Ausrüstungshändler auch kaufen vorher. Und mit jedem Level geht das halt weiter. Immer in gewissen Level-Abständen natürlich, weil es ist unsinnig pro Level direkt immer wieder auf die Flotte zurückzukehren. Wir haben hier Level 30, 34. Also so alle 4, 5 Level kann man das dann machen. Geht hoch bis Level 70. In der vorletzten Box kommt man dann zu spezielleren Händlern. Kriegsbeutehändler, kosmetische Rüstung, Kriegsbeutetransportmittel und so weiter. Und in der letzten Box, da ist eigentlich das Late-Game-Equip vorhanden. Flashpoint und OP-Händler, PvE, dann hat man hier auch noch PvP-Händler. Also man bekommt für alles, was man machen will, bekommt man in der letzten Box das beste Equip quasi her mit den Aufwertungen. Zum Beispiel hier Flashpoint-Händler. Wir haben hier einen Flashpoint-Händler für die Ausrüstung. Kann man hier kaufen, für die Ausrüstung aufzurüsten und hier generell für die Ausrüstung zu kaufen. Hier gibt es auch noch einen Druiden, der uns Implantate geben kann. Dafür muss man einfach nur vorher mit diesem netten Twi'lek sprechen. Der hat nämlich ab dem Level, ab dem Max-Level, glaube ich, also ab Level 80 war es. Kann auch sein, dass es vielleicht schon früher geht. Hat der eine Mission, wenn man die gemacht hat, wird der Druide freigeschaltet. Und man kommt an gute Implantate heran. Jetzt ist das allerdings so, dass ihr wahrscheinlich noch nicht Level 80 seid, sondern erst mit dem Spiel angefangen habt. Oder wieder eingestiegen seid und vorher die Boxen mal ein bisschen vielleicht abklappert. Was natürlich dann auch gut ist. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit für Relikte, Implantate und Ohrstücke zu bekommen, die Tauschbörse zu benutzen. Also das Handelsnetzwerk. Generell gilt das auch für Rüstung oder für adaptive Rüstung. Im Handelsnetzwerk findet ihr einiges, was ihr euch holen könnt, wenn ihr natürlich die nötigen Credits dafür habt. Der Handelsmarkt hat drei große Punkte, die ich noch ansprechen möchte an der Stelle. Erstens bietet er eine große Auswahl, was Equip angeht. Das ist sehr gut. Allerdings bedenkt, vergleicht Preise. Kauft nicht das Erstbeste, sondern vergleicht die Preise. Der zweite Punkt ist halt die Bequemlichkeit. Der Handelsmarkt wurde vor kurzem überarbeitet. Ich finde ihn persönlich jetzt sehr gut, noch besser als vorher und muss sagen, dass es wirklich sehr angenehm und bequem ist, dort zu kaufen und zu verkaufen. Wenn ihr jetzt allerdings Level 80 seid oder euch fragt, wie ihr bei Level 80 genau vorgehen wollt. Ihr wisst jetzt, hier gibt es Flashpoint, Operationsrüstung etc. pp. Aber wie kommt ihr daran? Denn normale Credits kostet es ja so gut wie nichts. Man hat ja noch was anderes, was das kostet. Dieses andere, was es kostet, sind zum Beispiel FP1 Stabilisatoren, OP1 Katalysatoren und so weiter. Diese Sachen bekommt man alle, indem man halt Flashpoints, OPs, Raids, halt die Endgame Aktivitäten regelmäßig spielt. Also sprich für regelmäßiges Flashpoint Rennen, für regelmäßige OP-Läufe, für die ganzen Wochen, wöchentlichen Quests und Aufgaben, für die Dailies und so weiter und so fort, gibt es mehr als genug Belohnungen, die ihr verwenden könnt, um euch halt Endgame Equip zu organisieren und dieses aufzuwerten. Was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, denn wenn ihr ganz oben mitspielen wollt, also sprich, wenn ihr auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad Raids mitlaufen wollt, müsst ihr dies tun, um halt da mithalten zu können. Abschließend zu dieser kleinen, kurzen Einführung, wie man sein Equip verbessern kann. Wie gesagt, es gibt das Missionsequip, wenn man ganz normal auf dem Planeten levelt, aber man kann hier auch auf der Flotte sich sehr gut verbessern, was das angeht. Gibt es noch eine Sache, einen Punkt, den ich auf jeden Fall ganz, ganz wichtig finde und ansprechen möchte. Geht nicht einfach hin, schaut euch nicht einfach nur Guides an oder lest euch Guides durch, um weiterzukommen. Wie gesagt, das ist nur ein roter Leitfaden, so ein bisschen, wo ihr Schrank entlanghangeln könnt. Geht lieber hin und sprecht mit anderen Spielern. Die Gemeinschaft in Star Wars The Old Republic ist sehr, sehr wichtig, sowohl für die OPs, Flashpoints, als auch für hier das Equip, für den Handel und so weiter. Von daher, es ist eine gute, große Community da. Nutzt diese Möglichkeit auch, In-Game-Chat zu nutzen, auf Discord zu sein und auf Discord dementsprechend Kontakte zu knüpfen. Nutzt diese Möglichkeiten einfach. Denn damit habt ihr es definitiv leichter, voranzukommen. Damit sind wir allerdings schon am Ende unseres heutigen kleinen Videos angelangt. Ich hoffe, ich konnte dem ein oder anderen wenigstens ein klein wenig helfen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Wenn ihr noch Fragen, Kommentare habt, Feedback geben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr mich live bei Star Wars mal sehen wollt, könnt ihr das auch gerne tun. SuperSlayTV auf Twitch. Da bin ich regelmäßig mit Star Wars The Old Republic unter anderem live. Und wenn ihr generell noch andere Star Wars Spieler sucht, mit denen ihr zusammen spielen könnt, oder auch gerne meiner Community-Gilde auf Republik oder Imperialer Seite beitreten wollt, joint doch auf meinen Discord. Link ist in der Beschreibung. Jeder ist da gerne gesehen und willkommen. In diesem Sinne, ich bin SuperSlayte, euer freundlicher Let's Player von nebenan. Tüdülülü.